Die VR-Banking-App. Mit dem Smartphone Geld bequem an Freunde senden. Versenden Sie doch mal Geld an Freunde. Klicken Sie auf einen Kontakt und Geld senden. Geldbetrag eingeben und fertig. Klasse! Andi hat bezahlt. Aber Christina noch nicht? Einfach auf Geld anfordern klicken und Betrag eingeben. Christina bestätigt mit Annehmen und schon ist das Geld da. Bequem, oder? Und unter 30 Euro sogar tagfrei.